diesmal aber urlaub ja aber er hatte doch danach urlaub er hat nur drei leute fertig gemacht klasse nach costa de sol wollte ich schon lange den urlaub habe ich mir redlich verdient mal wieder was zu ich habe kein urlaub das ich mir nicht vermissen in der normalen weise Die gibt's die, uh... Warum regenerieren die? Was ist denn das? Die beiden. Ja. Es ist eine Weile her. Sebastian und Essay? Ja, es tut mir leid. Unsere Maßnahmen gegen Avalanche haben Soldatverluste gebracht. Herr Hüller? Und wir sind keinen Topf. Am Ende kamen sie wieder zu sehen und ich kann sie wieder neu besuchen. Und es läuft alles gut soweit. Also keine Sonne. Bis bald. Ich muss unbedingt Marvel for Crisis spielen, aber es gibt sie nicht mehr. Ich versuche, ich versuche! Im Moment. Kann ich nicht abschrauben! Was ist denn, warum sie das denn jetzt spielen nicht ernst war? Komplett Result. Ja. In den Store tun? Also wer sag's denn? Jeden Tag eine gute Tat. Dann kann der Urlaub ja beginnen. Mal wieder. Alright. Erstmal eine Runde Kniebohr. Alles klar, Dag. Wunsch dir eine gute Nacht. Danke, dass du da warst. So, bitte, bitte Urlaub. So, was zur... Was ist diesmal? Jetzt wissen wir endlich, warum die Wassertemperation hier stetig gestiegen ist. Diese Dinger sind stolz daran. Wenn das so weitergeht, können wir mehr im Ball das Eier kochen. So muss die Klimaerwärmung unbedingt stoppen. Ja! Na, nur, da lass ich mir nicht vermiesen. Der sagt, du sollst mal das Gleiche. Let's go! Ich hab das Gefühl, das Spiel übertönt sich wieder in der Maßen. Nun, keiner sagt was. Oder war ich noch gut zu hören? Weil ich vergleiche die Linien vom Elgato mit meinem Mikrofon. Und, ja, die Elgato hat eigentlich, war die Linie höher als bei mir. Deswegen. Also, wer sagt's denn? Jeden Tag eine gute Tat. Und wieder endlich Knie beugen. Da, 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 da. Der sagt immer das Gleiche. Oh, ist ja langweilig. Na, vielleicht schieb ich auch mal mein Mikro ein bisschen näher ran. Ich brauche unbedingt mal wieder so einen Mikrofonständer. Meiner ist ja kaputt. Ich habe nur so einen Standding. Wie die Mission schon wieder erweitert? Bitte. Was? Die Sonne hinter... Hey, ab in den Süden der Sonne hinterher. Hey, um was geht? Ist das deren Ernst? Warum nicht, ne? Noch sind die nicht auf schwer? Klasse! So, was zur... Professor Ojos Monsterexperimente hatten wohl Lust auf eine Runde Beachball. Muss dieser Kerl denn selbst in den Ferien seiner Arbeit plötzlich rumschleppen? Verdammt, meinen Urlaub lasse ich mir vernicht erwiesen. Mal wieder. Was ist das? Was ist das? Hilfe! Ich bin hier mal ruhig jetzt! Da kommen ja noch mehr! Aua! Aua! Was aber? Wenn ich nicht darf, du auch fliehst. Also ich darf Tifa nicht haben, dann darfst du auch nicht Säk haben. Oder Aerith. Oder Tifa. Oder alle zusammen. Wie viel Urlaub hat der Kerl? Erhöhter Urlaubsbedarf. Soll ich mich an Schmäh ranwagen? Ach komm, dann haben wir es hinter uns, ne? Was ist es diesmal? Es ist furchtbar eine Plage, der Strand wimmelt von ihnen. Die werden uns die ganzen Touristen vergraulen. Wir sind ruiniert am Ende, finito! Also macht keinen Urlaub bei Costa del Sol, da wimmelt es von was zur Hölle ist das? Was ist das? Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Alter. Darf ich auch mal prügeln? Danke. Wie lange ist noch wach? Bis 0 oder bis 2 Uhr. Also noch ein bisschen auf jeden Fall. Oh nein, er kommt immer mehr. Hahaha. Hahaha. Ja. 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 Ist jetzt gut hier. Oh nein, da kommen wieder mehr. Ja. 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 Jetzt reicht's mir mit euch. Ich hoffe ihr stirbt mal alle. Es darf nicht corelli. Guck. Ja. 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 Na. Ja. Ja. Na. Dra. Hn. heticzar. Alter, wie viele kommen denn noch? Die gehen mir gerade auf den Sack. Oh, ich bin immer noch am Leben. Es kommt immer mehr. Bunker down, we are now being raided. Klaus, danke für den Raid. Wir haben dein Stream. Hi Christian. Ich prügel mich gerade mit Würmern. Alter, ist das denn kein Ende? Ich muss die doch nicht alle auf einmal töten, oder? Dann bräuchte ich aber jemanden bestimmt. Du hast man ihn auf Platin. Wow. Das scheint ja nicht gerade schwer zu sein dann. Du bist der Letzte, komm her. Ja, es kommt nämlich gerade keiner nach. Level up. Schon Level 35 sind wir. Ja, nice. Komm. Jetzt wirst du. Fertig gemacht. Ich bin auf dem Urlaub. Sonst noch jemand? Der immer das gleiche sagt, drücke ich es immer wieder weg. Oh, mit Riel. So, Alter. Der hat doch eine Mission. Hermsthaft. Ist es wirklich Urlaub? Der Arme. Er braucht Urlaub und bekommt es nicht. Er bekommt es schon, aber es passiert immer wieder irgendetwas. So, was ist es diesmal? Was zur... Dieses... Bodengeheuer... Das ist das Ende für Costa del Sol. Ich bin weg. Tschüss. Verdammt. Meinen Urlaub lasse ich mir nicht vermiesen. Wir sind so tot. Alter, was? Das ist kein B-Mod. Das ist ein Ozenod. Das ist kein B-Mod. Lol. Alter, was? Alter, was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, ich kann den nur mit Magie fertig machen, weil der sonst mir zu schnell regeneriert Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Man kennt's einfach, man kennt die Viecher einfach Und wenn man dann hört, man muss gegen so eins kämpfen, ja dann Gute Nacht, ne? Das war's, ja.